Willkommen zu einem weiteren Artemis V-Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über Konfigurationsmöglichkeiten von Achsen in einem Diagramm. Im aktuellen Beispiel wurde die Lautness vs. Time und die Level vs. Time-Analyse einer Marke berechnet, wobei eine Absisse für die Zeit und zwei Ordinaten für die Lautheit und den Schalldruckpegel dargestellt werden. Die Standardeinstellungen für die Position der Achsen können Sie verändern. Mit einem Rechtsklick in das Diagramm erreichen Sie neben den unterschiedlichen Cursor-Funktionen zwei Symbole, mit denen Sie die Position der Achsen verändern können. Wählen Sie zum Beispiel für das Ordinatenlayout Left-Only und beide Achsen befinden sich nun auf der linken Seite des Diagramms. Möchten Sie beide Seiten eines Diagramms für mehrere Achsen nutzen, wählen Sie die letzte Einstellung in der Dropdown-Liste. Auf dieselbe Weise können Sie die Absisse nach oben verschieben. Mit einem Rechtsklick auf eine Achse erreichen Sie deren Properties. In den Properties, die Sie auch über das Properties-Tool-Window erreichen, können Sie umfangreiche Einstellungen für die jeweilige Achse vornehmen. Verändern Sie den dargestellten Achsenabschnitt per Eingabe der gewünschten Grenzen. Hier können Sie auch die Skalierung festlegen und eine Achse ausblenden. Zum Wiedereinblenden der Achse nutzen Sie die Einstellung Visible im Properties-Tool-Window. Über das Pfeilsymbol am Anfang des Dialogs erreichen Sie weitere Layout-Einstellungen der Achse. Die erste Option legt fest, wie viel Platz der Achse eingeräumt wird. Bei der Einstellung Small wird in diesem Fall die Einheit der Achse in den Titel geschrieben. Um dies zu verhindern, verändern Sie die Darstellung der Schrift auf Vertical. Mithilfe des nächsten Punktes können Sie die Zahlendarstellung auf einer Frequenzachse verändern. Um dies zu zeigen, wurde die FFT-Average-Analyse einer Marke berechnet. Damit können die Zahlen auf einer Frequenzachse zum Beispiel auch in Zehnerpotenzen dargestellt werden. Mit dem nächsten Dropdown-Menü können Sie neben der Standardeinstellung die Anzahl der dargestellten Werte auf einer Achse verändern. Mit der Einstellung Manual Step Access können Sie die Schrittweite festlegen. Bei logarithmischen Achsen wie einer Frequenzachse wird die Schrittweite als Faktor interpretiert. Bei Frequenzachsen haben Sie zudem die Möglichkeit, die Schrittweite in Oktav- oder Dritteloktavschritten anzeigen zu lassen. Für die Einstellung von Zeitachsen haben Sie neben der Einstellung Standard Axis die weiteren Optionen Time Axis und DOR Axis. Nutzen Sie die Einstellung Time Axis, um die Zeit anstatt in Sekunden bei entsprechender Skalierung in Minuten bzw. in Stunden anzeigen zu lassen. Bei der Einstellung Date of Recording, kurz DOR Axis, wird die Uhrzeit und das Datum der Aufnahme angezeigt, wobei Sie die Achse auch weiterhin per Eingabe von relativen Werten skalieren können. Nun haben Sie einen Überblick der Konfigurationsmöglichkeiten von Achsen bekommen und können diese je nach Anforderung in Ihrem Diagramm anpassen.